Dübener Heide Der Hügelzug der Dübener Heide ist eine entmoränen Landschaft etwa 40 Kilometer nordöstlich von Leipzig. Sie wird begrenzt durch die Flussniederungen der Mulden nach Westen, der Elben nach Norden und Osten sowie einer gedachten Linie von Eilenburg nach Torgau Richtung Süden. Diese Seite befasst sich mit dem zum Land Sachsen-Anhalt gehörenden Teil der Dübener Heide. Der Südteil der Dübener Heide gehört zu Sachsen. Hierzu sei auf die Seite Dahlener und Dübener Heide verwiesen. Angrenzende Reiseregionen sind im Norden das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, im Nordosten der Vorflemming, im Süden der sächsische Teil der Dübener Heide und im Westen das mitteldeutsche Chemiedreieck. Orte der namensgebende Ort Bad Düben, an der Mulde gelegen, befindet sich bereits in Sachsen. Samp-Hype-Symbol 300 BX-Hype-Symbol der Wegweiser Sieben-Armsäule in der Dübener Heide. Bad Schmiedeberg, in der Mitte der Dübener Heide gelegen. Jugendstekorhaus und Heilbrunnen. Greffenhainichen, größte Stadt in der behandelten Reiseregion, in unmittelbarer Nähe Veropolis, die Stadt aus Eisen. Chemberg, Städtchen am Nordrand der Dübener Heide. Kirche unserer lieben Frauen. Prätsch, an der Elbe gelegene Kleinstadt. Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert. Hintergrund Samp-Hype-Symbol 300 BX-Hype-Symbolblick von der Gräminer Brücke in, Greffenhainichen auf Veropolis. Die Dübener Heide, überwiegend aus sandigen Böden aufgebaut, ist eine sanft hügelige und überwiegend bewaldete Landschaft. Es handelt sich um eines der größten zusammenhängenden Walbgebiete Mitteldeutschlands. Höchste Erhebung ist der Ochsenkopf, die vergleichsweise dünn besiedelt und nur von wenigen Verkehrsadern zerschnitten, ist sie ein Rückzugsgebiet für Wildtiere. Teile der Dübener Heide sind in dem gleichnamigen Naturpark Dübener Heide unter Schutz gestellt. Historisch gehörte die Dübener Heide zu Chursachsen und war eines der Jagdgebiete der in Wittenberg bzw. in Torgau residierenden sächsischen Churfürsten. 1815 im Ergebnis des Wiener Kongresses wurde der westliche Teil abgetrennt und Preußen zugeschlagen, eine Teilung, die in der heutigen Aufteilung zwischen Sachsen-Anhalt und Sachsen-Fort besteht. Mit dem Auto am Westrand der Dübener Heide führt der A9 entlang. Wer aus Richtung Berlin kommt, verlässt der A9 für die östlichen Gebiete um Prätsch an der Abfahrt Klein-Marzens und für die westlichen Teile um Greffenhainichen an der Abfahrt des Haust. Aus Richtung Leipzig erreicht man das Gebiet über die B2 via Bad Düben. Mit der Bahn die Bahnlinie Leipzig, Bitterfeld, Wittenberg, Berlin mit Fernverkehrshalten in Bitterfeld und Wittenberg streift den westlichen Teil der Dübener Heide. Nahverkehrszüge halten auch in Greffenhainichen, Bergwitz oder Radis. Von dort geht es mit dem Bus weiter, da die Bahnlinie Wittenberg, Bad Schmiedeberg, Eilenburg nur unregelmäßig befahren wird. 2017 an Sommerwochenenden zwischen Wittenberg und Bad Schmiedeberg, einzelne Züge auch bis Eilenburg. Mit dem Fahrradradweg Berlin, Leipzig-Europa-Radweg R1, aus Richtung Dessau. Mobilität folgende Bundesstraßen führen durch das Gebiet. Die B2 Leipzig-Wahrt-Düben-Kemberg-Lutherstadt-Wittenberg quert die Dübener Heide in Nord-Südrichtung und ist die wichtigste Verkehrsader im Gebiet. Eher tangential berühren die Bundesstraßen die Dübener Heide. B100-Bitterfeld-Greffenhainichen-Lutherstadt-Wittenberg im Nordwesten. B107-Dessau-Greffenhainichen-Bad Düben im Südwesten. B182-Lutherstadt-Wittenberg-Brett-Storgau im Osten. B183-Bitterfeld, Bad Düben, Torgau im Süden. Sehenswürdigkeiten-Wasserschloss-Reinhards-Bunker-Kossa, unterirdischer ehemalig Gefechtsstand der NVA-Kölleri-Eisenhammer. Aktivitäten wandern Es gibt in der Dübener Heide ca. 1000 km beschilderte Wanderwege ohne Griosse-Schwierigkeitsgrade. Pilz sammeln Die Dübener Heide ist ein echter Tipp unter Pilz-Sammlern. Einfach jemandem, der nach Ahnung aussieht, unauffällig folgen, die genauen Stellen verraten sie eh nicht. Baden Zahlreiche Gewässer, zumeist ehemalige Kies- oder Braunkohlgruben, erlauben ungestörtes Plantschen.